also liebe community eine disk was ist das also früher in vergangenen zeiten gab es ein speichermedium das hieß disk also cd wisst ihr das ist der upgrade zum floppy ok was ist da müssen wir jetzt natürlich weit ausholen also ihr müsst euch ungefähr vorstellen ich habe eigentlich ist gewarnt dass noch mehr kommt okay du bist schon ganz orange glaubt ich möchte dass ich immer noch braun grau wir so grau ist in diesem licht einfach wunderschön aus echt schätzchen schau mir in mein blaues auge twinker twinker aber du wackelst so sehr mit den augen also man kann dir gar nicht die augen schauen er ist ja auch klar ich bin ja auch im moment ein bisschen auf auf akku ich bin bin auf akku doch mal hier steht du hast hier security schlecht geschrieben noch mal schlecht geschildert fast security konnte man machen muss muss man nicht konnte man auch da unten stehen da unten stehen wir wer steht wo ja guck mal das sind kann kann ich mir kann ich mir zu linken da oben ist jemand gut 500 straffpunkte jetzt gesagt für jeden oder für dich für dich wenn dann für jeden wenn wenn man für alle ist ein schalter fkaut und drücken ich habe hier auch einen knopf ach so ok moment 321 wir sind ober pro gamer du ober pro gamer ist voll lang lang langweilig ok beim nächsten mal heißt das laufen ja ok dann count da und dann so schnell ach wie einfach wenn warum portal machen könnte ja oder ja hätten wir portal machen ist egal ich glaube das war auch gedacht dass man portal macht und nicht einfach durchläuft mein gott klug ich kann jetzt zurück du hast ja was schönes ja da gelassen ich mache das da unten hin dann kannst du brauchst du nicht so springen mein lieber ich weiß ja dass du es ein bisschen auch anscheiben also sehr freundlich aber wenn ich da durchkomme dann komme ich nicht zurück gut doch müsste man nur auf der anleitung das haben wir nicht so viel tassen auch übrigens jungs wir hatten ja gerade erzählt von cd wenn wir gerade von floppy erzählen das ist übrigens eine ld das ist eine laserdisc die hat es nicht ganz auf den offiziellen markt geschafft als doch aber nur ganz kurz sie war so anderthalb zwei jahre war die da da konnte man dann filme draufpacken und so weiter war schweineteuer ist wir können er ist total gehofft meine damen und herren sie hören wie es bei ihm im kopf gerade rattert die waren so groß ja das ist definitiv ja die waren so groß wie eine schallplatte oh gott schallplatte vinyl also wie nur ist der nachfolger gewesen von den shellac platten shellac eure uhr ureltern die hatten damals so ihre musik drauf gebrannt ich möchte dich und unsere community hier ein bisschen intellektuell fordern und dann kommt ich mach das nicht mehr ich bin immer wieder begeistert ehrlich ich bin immer wieder begeistert jetzt gibt es nicht jetzt ist ende total total baff könntest du denn jetzt endlich mal irgendwie was für deinen job machen und uns mal hier raus bringen ich glaube sie hat mir vorher machen müssen ich glaube ich muss immer zurück ja klar wenn du die ganze zeit mir nur wie so ein wie so ein ei nachläuft wir müssen hier auf die andere seite da müssen wir ein portal machen ja das ist ich muss zurück ja dann tu das doch ich komme mir nicht durch doch heute ich kann hocken ok du bist dadurch jetzt ist dein portal nämlich weg was du hierhin gemacht hast du darfst nicht durch das portal gehen dann ist dann dann und wieder was gelernt genau keine ahnung was aber man hat was gelernt du musst kannst du denn dadurch jetzt was schießen ein portal nehmen wenn du kannst wie das tor bei dir erstmal aufmachen oder oder kann ich hier was noch mal gucken ob ich irgendwo was schießen kann ich kann das drauf machen kann hier kein tor aufmachen ich glaube ich habe noch mal so andere idee ich glaube das geht jetzt zu ich glaube dass ich leise jetzt nehmen und erst mal ins laufwerk packen die waren ganz langsam reinschieben falls es nicht kannst weil du bist ja auch schon etwas älter denkt die haare tropie das dingen wird ab 18 freigegeben und falls nicht notwendig dann ok nein hier erfolgt jetzt keine erklärung von jetzt zurück durchgehend ich gehe jetzt einfach hier durch und das haben wir sie geschafft so ich habe es geschafft und wir euch auch mal die fürsorgung zur bewältigung dieses absolut sinn und herrnlosen tests o1 noch wenn ihr die teststrecken verlasst kann ich euch nur durch gewaltsame demontage zurückholen wonach ich euch wieder sorgfältig zusammensätze ist uns noch nicht aufgereiht reise spürt ihr keinen schmerz zumindest könnt ihr nicht mitteilen dass ihr schmerz verspürt und wie wie das tut ich halte das übrigens eine höchste hexe eine ganz mir fällt leider ihren namen nicht mehr ein schluss jetzt was wenn das so bleibt die montage einheit muss ein problem haben machen wir einige tests und schauen mal nehmt die 1 haben wir gemacht ich habe zwei punkte verlor richtig getötet habe wahrscheinlich in dem einen abschnitt ist es so traurig sagen wir einfach ich habe fünf punkte dementsprechend bin ich bei sonst du hast sechs punkte also doch nicht so gut ich habe ja auch mathe vier also ungenügt bestanden und bestanden ist gut okay so wir wollen darüber hat sie zwei machen auf geht's begeben sie sich in die dünnen masse und geschwindigkeit ach gott das ist das mit diesem mann auch gott auf wo steht das wo steht das zu hallo da muss ich da muss das endlich mal lernen wir das mit der markierung gehen was uns nicht mehr demontiert werden wir gerade auch viel schlimmer ja vor allem wollen wir nicht demontiert da wurden doch verrissen ja reiß dich zusammen und hat jeden echte bedeutung